Hallo, mein Name ist Ferenc und ein heutiges Thema ist per Anhalter durch die Galaxis. 42, das ist die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Meine ersten Science-Fiction-Bücher waren nur ernste Science-Fiction. So etwas wie von Stanislav Lem oder Isaac Asimov. Dann kam Douglas Adams und per Anhalter durch die Galaxis. 42, wie diese Zahl mit dem Computer Deep Thought zusammenhängt, der zweitgrößte Computer, der jemals gebaut wurde. 42, wie diese Zahl mit der Zerstörung der Erde zusammenhängt, dem größten Computer, der jemals gebaut wurde. 43, der pangalaktische Donnergurgler. Ein Drink, so stark, dass es sich anfühlt, als ob ihr Gehirn aus dem Schädel gedroschen wird, und zwar mit einem Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist. 44, das Restaurant am wirklichen Ende des Universums. Sie können das allerdings nur als Zeitreisende besuchen. 45, dort wollen Tiere gegessen werden. Und sie können diesen Wunsch auch äußern und artikulieren. 45, sie können ihnen sogar den prassenden Drink zu ihrer Leber empfehlen. 45, die vogonische Dichtkunst ist die zweitschlechteste im Universum. 46, die schlechteste kommt von der Erde. 47, daher kann ich ihnen auch dieses Gedicht glücklicherweise in der gekürzten Fassung vortragen. 47, daher kann ich ihnen auch dieses Gedicht. 48, mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Nur einen. Und hinterlasst bitte Kommentare. Die helfen mir sehr viel weiter, mich zu verbessern. Danke. Ciao.